Komm her! Komm her! Ich kann hier nicht rein! Geil! Nummer 13! Wieder unter uns? Du Hilfe! Da habe ich mich selbst gerade getroffen. Super. Wann hast du mir das gelaufen? So wird das nix. Toll. Wie soll denn das... Boah, Alter! Wie soll ich das denn machen? Das ist aber jetzt schon eine Hammer-Mission. Der Boss ist nicht von schlechten Eltern. Vor allem mit den Waffen, die ich habe. Oder ist da irgendwo... Ich muss gleich mal den ersten Raum, wo ich drin bin, und mal komplett absuchen, ob da nicht irgendwas ist, was ich noch verwenden kann. Zumindest ein Medipack. Irgendwas muss doch hier drin sein. Irgendwas. Ist nichts, ne? Gar nichts. Ey. Danke. Das ist doch nicht wahr, oder? Boah. Das ist schon hart. Halt! Warum ist diese Tür verschlossen? Weil sie es kann. Nimmst du den bitte mit. Ja, alles einsammeln. Es ist alles nicht besonders viel. Da rechts kann ich auch echt nicht rein, ne? Mann! Hier ist ja nix! So ein Sheet-Crown hier. Also die Granaten sind natürlich schon mal nicht verkehrt. Von dem Maschinengewehr. Ich geh erstmal hier rein. Hier liegt echt nichts, ne? Ist doch klar. Ja. Ich bin besprotgewerkt. Ich muss mir jetzt auch nicht einmal wie viel. Dann muss ich jetzt aber nicht holen. Ich bin championships mit dem Maschinengewehr. Wie sie ist immer weiter? Dann muss ich mich nicht mal liefden. Ich bin dolly. 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 Die Haare. Ich bin dolly. Irgendwas hat da richtig bumm gemacht gerade. Das ist noch ein Arme. Nummer 13, wieder runter uns! Du Hilfe! Also Leute, ich denke, ich werde euch den Kampf hier zusammenschneiden. Vielleicht das so nicht kriegen würde. Dann werde ich noch ein paar Umläufe brauchen. Yo! Leute, ich schneide euch das hier zusammen. Das wird nach Ewigkeiten dauern. Bis zum nächsten Mal, wollte ich gerade sagen. Nein, bis zum Sieg! Hier, Cooper! Ich soll Präsident Goldberg... Warum ist diese Tür verschlossen? Ich scheibe dich einfach. Ich scheibe dich nicht. Oh, oh, oh. Wie ihr seht, mache ich hier mal die volle Attacke gerade. Vielleicht, ob das besonders hilfreich ist. Immerhin haben wir 80% in Rekord. Sieht ganz gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Yay. Wow. Das war übrigens gleich der nächste Versuch, den ich hatte. Also, war gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Schön. Brauche ich auch vielleicht gar nicht schneiden, aber ich habe es schon angekündigt. Mal gucken. Vielleicht schneide ich es, vielleicht schneide ich es auch nicht. Mal sehen. So, aus hier. Den retten. Mein Gott! Brech alle Operationen ab, bevor es zu spät ist. Beschützen Sie den Präsidenten. Wie soll ich den beschützen, wenn er hier zusammengebrochen liegt? Toll. Ich mache die Tür mal zu. Nicht, dass er entdeckt wird. So, nun. Wo gehen wir jetzt lang? Hier? Durch diese offene Tür vielleicht? Checkpoint erreicht. Oh Gott. Ja, dann. Ja, erneut versuchen wollte ich gerade anklicken. Nichts da. Wir speichern ab. So. Na gut. Immerhin. Das ist doch mal was. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile dem Ende des Spiels gar nicht mehr allzu weit entfernt sind. Oho. 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 Hat der irgendeine Midi-Pack für mich? Nein. Ah. Guten her. Kann ich irgendwo rein? Ich möchte irgendwie einen Raum durchsuchen, wo ich Medizin finden kann. Manu. Hier zum Beispiel. Midi, 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 Midi. Ich möchte doch nur ein Midi-Pack. Schränke durchsuchen. Ich kann keine weitere Munition tragen. Das ist auch gut. Es ist keine Medizin hier. Mach die Tür auf. Tap, 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 tap. Noch einer? Nur einer hier drin? Gut, ich meine, hier sind eine Menge Schränke und da ist eine Panzerung. Das ist schon mal was. Oh, 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 mach auf. Ich liebe Hausapotheken. Haben wir es zum Öffnen? Nein. Da ist ein wichtiges Dokument. Nee. Ein unwichtiges Dokument. Ich darf nicht einen einzigen Schrank hier drin öffnen. Das ist schön. Hier sind aber auch keine weiteren Luftschächte oder so, wo ich reinkrabbeln könnte, ne? Sieht nicht so aus. Okay, dann wollen wir jetzt mal weiter gucken. Ähm. Da war ich bereits drin. Also ist dieser Gang wohl geklärt. Was hab ich denn noch so für Muni? Nee, das ist schon ganz gut, die Waffe, denke ich mal. Boah. Okay, jetzt sieht er wieder einigermaßen gut aus. Trotzdem hätte ich ganz gerne ein paar Medi-Packs so in Reserve. Ach, jetzt sind wir hier wieder, ganz am Anfang. Müssen wir wieder zurück? Nö. Fahrstuhl wieder? Den anderen jetzt? Vielleicht? Nö. Kein Fahrstuhl? Und nicht zurück. Also sind wir hier auch falsch. Hä? Wo soll ich denn lang? Da war doch nur wieder einigegangen. Bisschen Haken vielleicht, warte mal. Mit dem Haken hoch? Sieht aber auch nicht so aus. Also hier bin ich reingegangen. War Checkpoint erreicht, also müssen wir doch da lang. Und da hat noch ein bisschen Muni. Was ist denn mit der einen Tür, die da hinten verschlossen war? Vielleicht können wir da noch weiter. Und zwar müsste das hier hinten da... Da müsste das gewesen sein. Da war eine Tür auf einmal verschlossen vorhin. Die ist jetzt offen. Ah, cool. Oh. MidiPack. Okay. Aber das hat uns jetzt nicht wirklich weitergeholfen. Aber immerhin, das ist doch schon mal was. Das gefällt mir. Und hier drin... Ja. Du bist immer noch bewusstlos, nämlich an, ne? Ja. Ja gut. Dann können wir also nur hier lang. Dann müssen wir mal genau gucken. Vielleicht habe ich ja noch eine Tür übersehen. Oder ist da oben noch... Ja, da können wir gar nicht. Und da ist kein Haken oder so, ne? Nö. Nö. Ja, dann müssen wir hier nochmal gucken. Da war nichts, ne? Ne. Wir gucken nochmal hier jeden Raum. Erstmal die linke Seite abgucken. Die Tür geht nicht auf. Die Tür geht nicht auf. Die geht auf. Da war ich ja drin. Nochmal genau gucken. Nein. Keine Lüftungsschächte. Keine Lüftungsschächte. Getränkeautomaten. Boah. Gut. Gehen wir hier diese Seite nochmal ab. Hier waren wir drin. Ist hier noch was, was ich übersehen haben könnte. Lüftungsschacht. Speziell? Ne. Da ist nochmal eine Karte. Die können wir kaputt machen. Schön. Und dann war hier noch eine Tür. Die geht auch nicht auf. Also hier ist definitiv nichts. Gehen wir nochmal zu den Fahrstühlen. Aber da konnte ich doch keinen Knopf drücken, oder? Bin ich blind? Hier sind die Fahrstühle. Da können wir nichts drücken. Genauso wenig wie hier. Dieser Fahrstuhl ist zu. Und diese Tür ist ebenfalls zu. Was sollen wir denn bitte tun? Ist hier oben noch was? Hä? Ich stehe gerade wieder auf dem Schlauch, Leute. Haben wir noch einen Schlüssel? Ne. Dietrich. Wann der hier irgendwas bewerkstelligen? Nö. Ähm. Leute. Was soll ich tun? Kann ich den eigentlich mal probieren? Wohin. Was machen wir denn jetzt? Ich bin eben der Meinung, wir müssen da oben hoch. Aber wie? Hä? Habe ich in dem Raum hier am Anfang was vergessen zu drücken oder so? Also einen Schalter habe ich da betätigt. Das weiß ich. Muss ich dich mitnehmen? Ich muss dich mitnehmen, ne? Wahrscheinlich ist das das Problem. Ja. Und dann muss ich den jetzt zu den... Oh Gott. Jetzt muss ich so langsam mit ihm zu den Fahrstühlen eiern. Das Gute ist, dass ich jetzt den Weg schon mal freigeräumt habe. Das heißt, da kann nichts passieren. Ja, wahrscheinlich ist das so. Er hat ja gesagt, ich soll ihn beschützen. Aber ich habe gedacht, er ist ja eigentlich ganz gut beschützt, wenn er da in dem Raum liegt, der abgeschlossen ist. Oder abgeschlossen nicht, aber... Ist halt nicht so verdächtig gewesen. Naja, gut. Ja, dann schleppen wir den Kollegen da halt mal hin. Aha. Scheint richtig zu sehr, wie sich er macht. Ah. Ja, ich wollte gerade schießen. Ah. 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 Vielen Dank.